Herzlich Willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe. Wir sind ja bei den Jesaja Perlen. Wir picken uns Sätze aus dem dicken Buch des Propheten Jesaja heraus. Mal von vorne, mal von hinten, mal ein Satz, auch zweimal. Dafür lassen wir auch manche dieser Sätze ganz weg. Unser Satz heute, das ist Vers 6 und 7. Des in der Adventszeit oft zitierten Kapitels 35, Jesaja 35, 6 und 7. Dort heißt es, in der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. Drei kleine Pünktchen. Erstens, Reichtum schützt vor Dummheit nicht. Ende des vorletzten Jahrhunderts gehörten viele arabische Länder zum britischen Weltreich. Man brachte, so erzählt man es sich, und wenn es nicht stimmt, dann ist es doch gut erfunden, viele arabische Führer nach London. Es herrschte die Hochzeit des Kolonialismus und des Imperialismus. Und die Scheichs, die sollten die Queen, die Königin, das wird wahrscheinlich dann Königin Victoria gewesen sein, einmal sehen, den Buckingham Palace. Und während ihres Aufenthalts in Europa, in London, wohnten sie in einem vornehmen Hotel. Die meisten waren in ihrem gewöhnlichen Leben umherziehende Nomaden, die zogen mit Kamelen durch die Wüste. Und eine der Herausforderungen dort war es für sie, rechtzeitig genügend Wasser für die Menschen und die Tiere zu finden. Und jetzt waren sie zum ersten Mal in einem Hotel. Sie entdeckten, dass man nur an einem Griff zu drehen brauchte und schon floss, ja, schoss das Wasser aus dem Ding an der Wand. Sie waren verblüfft über die Menge, die aus dieser unglaublichen und scheinbar unversiegbaren Wassermaschine herauskam. Zweitens, der Wasserhahn ist keine Quelle. Weiter heißt es in dieser Fabel, als man hinterher das Hotel überprüfte, entdeckte man, dass alle Wasserhähne fehlten. Die notorisch wasserarmen Wüstenbewohner, die glaubten offenbar, sie hätten mit den Hähnen die Wasserquelle selbst abmuntiert. Und mitgenommen. Jeder von uns weiß freilich, dass ein Wasserhahn nur das Ende eines Leitungsrohrs ist. Das Wasser kommt aus der entfernten Quelle. Es wird durch das Rohr dorthin transportiert, wo es gebraucht wird. Drittens, wir sind nicht die Quelle, aber wir können Hahn sein. Wir sind wie so ein Wasserhahn. Wir können uns öffnen und abgeben, weitergeben, was in uns fließt. Wenn wir zu geben lernen, wird Gottes Segen aus uns heraus strömen. Wir Menschen sind aber nicht die Produzenten von Wasser. Wir sind nicht die Quelle selbst. Wir können die lebensnotwendigen Dinge wie Freude, Zufriedenheit, Trost, Gelassenheit durch uns durchfließen lassen, aber nicht aus uns heraus hervorbringen. Vielleicht imponiert uns ein Freude ausstrahlender Mensch oder ein Zufriedener Mensch. Wir sagen, so will ich auch sein. Das mache ich jetzt auch so. Und so kopieren wir ihn womöglich, aber das klappt nicht. Da würden wir den Wüstenbewohnern in der Geschichte gleichen und lediglich Wasserhähne abmontieren. Die Zufriedenheit oder Freude, die kommt von innen. Sie ist eine Quelle, die letztlich aus Gott heraus sprudelt. Und wir sind nur das Ende der Leitung. Und wer sich selbst für die Quelle hält, der überschätzt sich und der sitzt auf der Leitung. Ich bete, allmächtiger Gott, du kannst in der Wüste Quellen hervorsprudeln lassen und Bäche in der Steppe fließen lassen. Wir bitten dich für alle Menschen, die Durst nach Leben haben, aber keine Quelle, die ihnen Wasser zuführt. Lass sie Christus entdecken, damit sie ihren Durst stillen können. Für die Kirche, dass ihre Quelle, Christus selbst, nie versiegt, Damit alle, die zu ihr kommen, reichhaltig das Wasser des Lebens schöpfen können. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für alle, deren Glaube vertrocknet und verstaubt ist, lass ihn wieder neu hervorsprudeln, damit der Glaube wieder frisch und faszinierend wird. Großer Gott, mit Christus wird der glühende Sand zum Teich und das durstende Land zu sprudelnden Quellen. Lass die Verbindung mit Christus nie reißen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche ihnen heute, dass sie ein guter Wasserhahn sein können, dass viele Menschen heute von der Gnade Gottes, die aus ihnen herausströmen möge, dass viele Menschen von dieser Gnade Gottes getränkt werden können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden und das Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die deinen und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Hahn auf, tschüss, bis bald. Das ist, bis bald. Wir sehen uns, bis bald. Musik Musik